Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Veranstaltung von der Campus Alternative Düsseldorf, der Hochschulgruppe Eures Vertrauens. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute sind ja doch ziemlich viele gekommen. Und ich wünsche uns eine tolle Veranstaltung. Wir werden das so strukturieren, dass wir den ersten Teil einen kleinen Vortrag hören werden zum Thema Konservatismus. Das ist so angedacht. Wir haben unser Wahlprogramm, wir haben ein bisschen auch ausgeteilt die Forderungen, die wir vertreten. Und wir wollen im Grunde genommen vor allem eines machen, durch so ein paar Inputs, also durch ein Kurzreferat zur Diskussion anregen. Wir werden dann ungefähr eine halbe Stunde miteinander diskutieren. Dann machen wir einen Break. Und danach kommt der zweite Vortrag zum Thema Islam. Und auch dann werden wir danach wieder ungefähr eine halbe Stunde miteinander diskutieren. Und danach werden wir vielleicht noch das ein oder andere Bierchen trinken und in die Altstadt gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass Zaharias seinen kleinen Vortrag heute für uns fertig gemacht hat zum Thema Konservatismus. Zaharias ist mein Stellvertreter von der Hochschulgruppe. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, zielt euch nicht, meldet euch und dann diskutieren wir miteinander. Das ist das Ziel. Da haben wir die Erste. Falls ein Psycho reinläuft, ich bin euer Bordigart. Du bist unser Bordigart, das gefällt mir. Das höre ich gerne. Zaharias, dann bitte. Du hast das Wort. Also Thema, den deutschen Konservatismus vor dem Hintergrund der Kiewicz-Theorie. Das mache ich, weil ich studiere Geschichte und Politik hier an der Uni. Und dementsprechend versuche ich, die Fächer so ein bisschen zu kombinieren, um euch mal die historischen Wurzeln vom deutschen Konservatismus zu erklären und aus der Politikwissenschaft die Kiewicz-Theorie mit reinzubringen. Das ist ein interessantes Thema, gerade für aktive Parteien. Das hat so mit Wahlforschung, Wählermobilisierung zu tun. Das ergibt sich aber gleich aus dem Vortrag. Mal fangen. Also wir fangen natürlich an mit der Begriffsdefinition. Also erstmal, was ist Konservatismus? Was sind die historischen Wurzeln, wichtige Vertreter? Dann werde ich die Kiewiczs erläutern. Also das sind bestimmte Punkte, die tauchen immer wieder auf. Und dann halt insgesamt die historische Entwicklung zu skizzieren und mit herausragenden Vertretern vielleicht oder Ideengebern kurze Denkanschlüsse zu geben, wo ihr vielleicht auch mal zu Hause die Werke von den Leuten lesen können. Denn immerhin sind wir ja auch in gewissen Teilen die konservative Partei. Ja, die Fragen bei Diskussionen könnt ihr euch aussuchen. Also Zwischenfragen bitte gerne dabei. Große Diskussionen wirklich im Vortragslauf bitte nicht haben wollen, wenn das okay ist für euch. Also fangen wir an mit der Begriffsdefinition. Die ursprünglichste Entschlussprägung vom Konservativ kommt aus England und Frankreich, aus der Zeit der Französischen Revolution. Und erst auf 1830 hat man im deutschen Sprachraum die konservative Politik auch konservativ genannt. Das kommt daher, dass die Tories, also die englische konservative Partei, sich zu dem Zeitpunkt auch umbenannt hat in Conservative Party. Die ursprüngliche ideologische Herleitung kommt aus dem christlichen Glauben und der politischen Theorie des Anastoteles. Da geht es um die wohlgeordnete Gesellschaft mit Hierarchie und sittlichem Leben. Und da kommen wir auf die drei Grundpfeiler des Konservatismus. Also einmal der christliche Glaube, also der Glaube an ein göttliches Walten in der Welt und menschliche Unzulänglichkeiten, die dem entgegengestellt werden. Und dementsprechend ist man, möchten die konservativen Leute, dass das Volk quasi ein sittliches Leben führt. Der zweite wichtige Pfeiler ist die Tradition. Hier geht es darum, dass historische Kontinuität und Bewährtes den abstrakten Theorien, wie sie im Sozialismus oder Liberalismus vertreten werden, quasi überlegen sei. Dann auch diese dementsprechende Vielfalt des historisch Gewachsene, ist dieser Uniformen Freiheit oder Gleichheit für alle fortzuziehen. Weil halt die Tradition, die überlieferte Weisheit der Vorfahren ist und darum sollte man keinen Fortschritt und des Fortschritts führen. Der dritte wichtige Punkt beim Konservatismus ist die Autorität, die halt als ausgedruckt der natürlichen Ungleichheit der Menschen, gesehen wird, im Gegensatz zum egalitären Denken, was halt von Sozialisten vor allen Dingen vertreten wird. Wie weit ist halt die Hierarchie in der Gesellschaft ein zentrales Denkmuster, weil die ein organisches Ganzes ist und die Individuen und sozialen Gruppen haben halt unterschiedliche Aufgaben, die sie zum Nutzen der jeweiligen Gesellschaft erfüllen und diese Gesellschaft wird halt von den Gewohnheiten und Gebräuchen oder Traditionen zusammengehalten. Das ist hier der Unterschied vom kontinentalen Konservatismus zum angloamerikanischen, also bei uns oder in Frankreich oder in Österreich ist diese gesellschaftliche Fokus etwas größer, während in den USA und England folgendes Individuum mit positiven Freiheitsrechten vor allen Dingen positiver gesehen wird. Da kommen wir jetzt zu dem Teil, den ihr wahrscheinlich noch nicht so kennt, die Cleavages, das ist eine Theorie, die wurden 1967 von zwei russamerikanischen Politologen entwickelt und es geht ursprünglich darum, die historische Entwicklung westeuropäischer Parteien-Systeme zu beschreiben. Dabei repräsentieren diese Cleavages die sogenannte Policy-Dimension, also Politik sagt man hat drei Säulen. Einmal die Politik, das sind die Prozesse, also wie ein Gesetz zustande kommt. Dann die Politik, das sind quasi die Strukturen, also föderale Ebene, Bundesebene und so. Und halt die Policy, und das ist quasi der Output, also die Gesetze, oder die Sachen, die gerade in der Gesellschaft diskutiert werden. Und das Ziel ist halt, diese Cleavages beschreiben halt gesellschaftliche Konfliktlinien und an diesen Konfliktlinien reiben sich quasi die politischen Parteien oder die politischen Ideologien. Und dabei sind manche Cleavages zu bestimmter Zeit sehr dominant, manche bleiben lange immanent, also unterschwerlich schwingen die immer mit, und andere verlieren an Bedeutung oder sind irgendwann quasi kein Thema mehr. Aber allerdings können auch neue entstehen, das wird gleich noch eine Rolle spielen. Und dann die wichtigen Cleavages in ungefährer Reihenfolge, wann die auftreten. Dann haben wir einmal das Zentrum gegen die Peripherie, das ist quasi der Konflikt zwischen Zentralstadt und föderaler Ebene. Dann Staat gegen Kirche, also Bildungshoheit zum Beispiel, Kulturkampf und Bismarck wird noch eine Rolle spielen. Staat gegen Land, das ist der Konflikt zwischen produzierendem und verarbeitendem Gewerbe. Also man könnte sich das so vorstellen, der Bauer, der das Getreide anbaut und der Industrielle, der es in der Mühle verarbeitet, die sich in gewisser Weise im Klinsch liegen. Und das neueste Cleavage, das uns alle betrifft, zum Beispiel wodurch, könnte man sagen, die AfD entstanden ist, ist die sogenannte offene, gegen die geschlossene Gesellschaft oder postmaterielle Werte, gegen klassische politische Werte. Das kommt aber alles noch in den jeweiligen Abschnitten, dann versteht ihr das besser. So fangen wir an mit der ersten Zeit, vom Zeitalter der Aufklärung zur frühen soziesischen Revolution. Hier ist das primäre Kliwitsch-Zentrum gegen Peripherie und das sekundäre Staat gegen Kirche. Und hier kommt es halt durch die Deformation von Martin Luther, also 1517, haben wir ja nächstes Jahr Jubiläum, und Staatsbildung zu Konflikten zwischen autonomen regionalen Mächten, also sprich die Teilfürsttümer, die weltlichen Gebiete der Kirche, unter den zentralen, nationalen Instanzen, sprich der jetzt langsam absolut werdende oder aufgeregt absolut werdende Monarch. Und in diesem Streit liegt quasi der Grund für den deutschen Föderalismus. Wie der sich da wie durchgesetzt hat, so entwickelt sich quasi ein föderaler Staat und ein zentralistischer. Ja, der Staat gegen Kirche ist halt zusätzlich noch dadurch abgedeckt, dass halt der Adel und der Klerus, beziehungsweise die ständischen Vertreter aus dem Mittelalter noch alte Rechte mit dabei haben, die sie gegenüber dem Monarchen, der jetzt mit dem absoluten Anspruch seine Macht durchsetzen will, verteidigen. Und hier bei dem Peter-Feribers-Zentrum kommt noch hinzu, dass, also ist die Argumentation der Konservativen, diese Gegnerschaft zum Rationalismus der Aufklärung, also man sieht quasi die Vernunft bestimmter Autonomie des Menschen im Zweifel, und setzt ihm dieses christlich, aber auch ständig geprägte, also hierarchisch wieder geprägte Gesellschaftspolitik entgegen, und hat halt auch ein Problem mit dieser rationalistischen Digitimation, also die Vernunft orientierte, gerade im aufgeklähten Absolutismus zum Beispiel, wo der Monarch ja aus Nützlichkeit in der Erwägung quasi die Macht haben sollte, dem setzen sie halt entgegen, dass sie historisch bewachsen Autonomie besitzen, und die Rechte dieser kleineren Territorien möchten sie halt verteidigen gegenüber dem jetzt neue Macht sich angewassenden Monarchen. Ja, auch beim Staat gegen Kirche, Kliewicz, ist es so, dass natürlich dieser Rationalismus der Aufklärung dem christlichen Glauben entgegengesetzt wird, und ist halt hier auch verbogen durch einmal, dass die Kirche noch immer Landesherr ist in manchen Gebieten, und diese Regelung der Curios religio, der Landesherr bestimmt die Religion seiner Untertanen, womit die Kirche natürlich ein Problem hat, weil sie möchte, die, ich sag mal, Autonomie über diese Religionsfragen machen. Der letzte Konservatismus ab der französischen Revolution bis zur Reichseinigung, war jetzt ein bisschen lang gespannt, aber das ist eigentlich die interessanteste Epoche, weil es sich hier langsam beginnt zu definieren. Also hier sind die primären Kliewiczs das Zentrum gegen die Peripherie wieder, also wir haben weiterhin diesen Konflikt zwischen Landesherr und den absoluten Monarchen, und jetzt kommt noch der Staat-versus-Land-Konflikt hinzu, während der Kirche-versus-Stadt-und-Wick unterschwellig weiter steht. Hier ist es jetzt interessant für den Konservatismus, weil jetzt die ersten programmatischen Schriften entstehen, als Reaktion quasi auf die Ideen der französischen Revolution. Hier sind zum Beispiel zu den Edmund Burke, kann man sagen, ist der Vater des Konservatismus, oder im Kontinentaleuropa Karl Ludwig von Haller, das ist er hier, mit einem schönen, knackigen Zitat. Der ist übrigens auch der, der den Begriff der Restauration geprägt hat für die Zeit nach Napoleon. Hier beginnt allerdings auch schon die erste Aufspaltung der Konservativen. Einmal hier die Altkonservativen, das sind quasi die, die mehr den christlichen Bezug haben, mit dem Gottesgnadentum der Fürsten argumentieren und auch Fürsten-Souveränität anstreben, sprich keine Kontrolle des Monarchen durch ein Volk oder eine Verfassung. Und den modernen konservativen, oder man könnte sagen, den politischen Rechten, die auch dezidiert antiliberal, beziehungsweise antisozialistisch sind, aber weniger ständisches Denken haben, sondern einen durchaus liberalen Aufstiegsgedanken vertreten und nationalistisch orientiert sind, sprich einheitlicher Kulturraum, muss in einem einheitlichen Staat sein. Ja, da wir jetzt befinden uns hier in der Zeit nach den Napoleonischen Kriegen, sprich Deutschland ist nach wie vor nicht geeint und zersplittert, dementsprechend ist hier doch der Konflikt gegeben, zusätzlich zwischen den Fürsten, die sich gegenwärtig übertrumpfen wollen, zwischen der Volksbewegung, die jetzt seit dem Napoleonischen Kriegen aktuell ist. Guten Abend, ich habe mich für andere, mein Name. Komm rein, komm rein. Das Zentrum des Proliferie-Klimitsch ist quasi dieses zersplitterte Deutschland, was von Liberalen, jetzt auch angeschnitten wird, zu einem und quasi noch der Konflikt, die innere Einigung der Territorien, sprich, dass der König von Preußen nicht zum Beispiel sein Landesgebiet durchdringen möchte mit seiner Herrschaft und sich nicht von übergeordneten Distanzen reinlegen lassen möchte. Das neue Kiewitsch in dieser Zeit ist jetzt Stadt gegen Land. Dieser Konflikt kommt halt während der Industrialisierung auf, also es geht halt wieder um das Produzieren und Verarbeiten der Gewerbe, wo sich die Konservativen quasi als Vertreter der agrarischen Interessen wiederfinden, also sprich der bäuerlichen oder Landadeligen, die sich gegen die liberalen Vertreter des von der Industrialisierung profitierenden Bürgertums jetzt stellen, wo zum Beispiel in Preußen auch dieser Verfassungskonflikt daraus entstanden ist, wo Bismarck sich das erste Mal profilieren konnte. Ja, gleichzeitig ist halt eine Argumentation, die Gegnerschaft zu dieser Egalität, die aus der sozialen Revolution kommt, der gegenübergestellt wird, jetzt die freiheitliche und hierarchische quasi Ordnung von oben, weil sie natürlich um Gott geht, weil das hat Edmund Burke schon gesagt. Wodurch halt auch eine Gegnerschaft zum Liberalismus kommt, wodurch sich halt Konservative der Nationalstaatsbewegung feindlich gegenüberstehen und weil auch dieses Gemeinschaftliche des Konservativen diesem individualistischen Egoismus des Liberalen gegenübergesetzt wird. Auch die Vertragstheorie von Rousseau, ich weiß nicht, wer von euch das immer sagt, Jean-Jacques Rousseau, einer der quasi Vordenker der französischen Revolution, hat halt quasi den Staat über einen Gesellschaftsvertrag definiert, sprich die Menschen geben unstilles Einverständnis, dass sie das Gemeinwesen gemeinsam ordnen wollen. Ja, dann, dementsprechend wird halt den französischen Revolutionären oder den allgemeinen liberalen Revolutionären die rechtliche und politische Legitimation abgesprochen, besonders wegen dieser rationalistischen Abstraktion, sprich es ist eine Theorie, die in Buchform gefasst wurde, quasi wissenschaftlich, und das hatten wir ja am Anfang, diese rationalen Theorien sind dem Gewachsenen nicht überlegen, argumentieren die Konservativen. Jetzt kommen wir zu einem Zeitpunkt, wo quasi der Konservatismus die prägende Kraft in Deutschland ist. Wir sind hier im Kaiserreich, also von der Reichseinigung bis zum Ersten Weltkrieg. Hier kommt jetzt auch ein neues Klippisch auf, das ist Arbeit gegen Kapital. Während gleichzeitig unter Bismarck im Kulturkampf Staat gegen Kirche nochmal so sein Höhepunkt und schließlich zu seiner Lösung kommt, während sekundär immer noch die Stadt gegen Land und Zentrum gegen Peripherie-Konflikte weiterschwellen. Ja, nach der 48er-Revolution, die quasi gescheitert ist, versucht jetzt Bismarck diese Gedanken mit dem Konservativen zu verbinden und schafft es bei wichtigen Pleavages quasi einen Kompromiss zwischen Konservativen und Liberalen herzustellen. Also zum Beispiel bei Zentrum versus Peripherie. Bismarck schafft halt den Nationalstaat, der von den Liberalen gefordert wurde, den gibt es aber mit föderalem Aufbau, wodurch halt die Gliedstaaten gewisse Autonomie-Rechte behalten. Was bis heute hier so ist, also Bildungsfreiheit der Länder, Landespolizei, das kommt alles aus dieser Zeit. Auch bei Stadt gegen Land, also sprich Produzierender gegen Verarbeitender Sektor, gibt es einen Kompromiss, Bismarck vereinigt hier quasi die Agrarischen mit den Industriellen Kräften, um sich auf die zu stützen, mit dem gemeinsamen Feind der Sozialisten. Also Bismarck als Vertreter dieses ostelbischen Junkertums, also die sprich die landständigen Adeligen, die quasi in der Landwirtschaft tätig sind, verbünden sich mit den Großindustriellen wie in Krupp in Essen, um gemeinsam quasi gegen die Sozialistenblock zu drehen. Wo ich jetzt hier halt das die Nationalliberalen vor allem mein Bürgertum finden, die Deutsch-Konservative Partei wird vom Adeln, geprägt und die frei-konservative Partei ist halt von der Großindustrie, wo man finanziert. Der bedeutende Vertreter sind hier Leopold von Ranke, natürlich unser Otto und Friedrich Julius Stahl. Die Leopold von Ranke war vor allem ein Historiker, der so ein bisschen mit historischer Wahrheit argumentiert hat, sehr interessant, der das Studierende ist ja sicherlich schon mal begegnet. Ja, dann bei der Arbeit gegen Kapital ist ein größerer Konflikt, der auch nicht wirklich gelöst werden kann. Also es ist halt Bismarcks Strategie, das mittlerweile sprichwörtliche Zuckerwut und Peitsche zu benutzen. Also Sozialgesetzgebung soll die Arbeiter mit dem Staat versöhnen, während gleichzeitig die Partei, und sprich die Sozialdemokratie, verboten wird. Hier haben wir auch schon einen der Kernpunkte des deutschen Konservatismus, dass quasi der Staat als natürlicher Ort der Ordnung und Autorität die Probleme der Leute lösen soll. Also eine gewisse Staatszentrierung hat sich im Deutschen durchgesetzt. Weil auch man argumentiert halt, dass da die Unzulänglichkeiten des Menschen, die moralische Verderbtheit oder private Egoismus, besser gezügelt werden können. Wobei bei Bismarck noch dabei kommt, da wir uns in einer Monarchie befinden, der das aus dem alten feudalen monarchistischen Gedenken eine gewisse Fürsorgepflicht gegenüber den Untertanen quasi abgeleitet wird. Also sprich, dass der Staat die Verantwortung hat, sich um seinen Untertanen zu kümmern. Ja, beim Staat gegen Kirche, also durch Kulturkampf, setzt sich halt Bismarck durch gegen die katholische, aber auch die evangelische Kirche, wo es um die Bildungshoheit der Länder ging. Also wer hat die Bildungshoheit? Die Kirche hatte noch einen ziemlichen Daumen auf den Schulen drauf und auch andere traditionelle Ansprüche auf Lieddatenvertretung oder sowas zum Beispiel. Wobei hier jetzt das erste Problem auftritt, dass Teile des Konservatismus quasi sich entfremden, also der christlich-katholisch geprägte Konservatismus, den es ja durchaus schon eine Weile gibt, aus diesen Altkonservativen, wendet sich jetzt quasi von dieser großen Koalition ab und ist jetzt staatskritisch eingeführt. Daraus entsteht später das Zentrum. Insgesamt kann Bismarck also die materiellen Ansprüche der Arbeiterschaft oder der Kirche befriedigen beziehungsweise auch zurückdrängen, wobei auch rechtliche, freiheitliche und politische Ansprüche nur gering oder gar nicht befriedigt werden. Das wird später noch ein Problem sein, weil quasi der Konservatismus dadurch keine große Massenbarkeit da kommen wir jetzt quasi zur Erde, zur großen Zäsur der Ersten, also Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Hier sind die primären Lieben des Arbeit gegen Kapital nach wie vor vorhanden, Stadt gegen Land und Zentrum gegen Peripherie, während Kirche gegen Staat quasi nur noch eine sekundäre Rolle spielt. Durch diese Zäsur des Ersten Weltkriegs und das Ende der Monarchie wird der Konservatismus in Deutschland sehr fragmentiert. Also wir haben viele verschiedene Lager und Parteien. Einmal haben wir zum Beispiel die Reaktionären oder Monarchisten, die sich quasi an der Fürstenenteignung ein- und anti-November-Revolutionär eingestellt sind, sprich die wollen zurück zum Status quo ante. Dann kommt jetzt eine neue Art des Konservatismus auf, das ist die konservative Revolution, da haben wir hier auch einen Vertreter von. Das ist quasi jetzt der Bruch mit dieser, ja ich könnte negativ sagen, rückwärtsgewandtheit, sprich den Regress auf die Vergangenheit, wo jetzt quasi eine zukunftsorientierte konservative Politik versucht wird zu formulieren. Einspruch kennt ihr sicherlich alle, konservativ sein ist Dinge zu erschaffen, die zu erhalten sich lohnt. Das stammt auch von Arthur Möller-Vanenbrück. Also hier wird quasi eine junge Generation von konservativen Politikern, die findet sich und will jetzt neu den Konservatismus quasi modernisieren. Dann haben wir weiterhin die christlich-konservativen, also vor allem das Zentrum, die demografisch gewinnt sind und eine breite Massenbasis haben und sogar, ich sag mal, einen linken Flügel, sprich sozial orientiert sind in der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Kleinere Gruppen sind dann das Landvolk, das ist vor allen Dingen in Norddeutschland aktiv gewesen, das waren kleinbäuerlich organisierte, ich sag mal, zählen, also nicht wirklich mit einer Partei-Phasis oder sowas. Die waren vor allen Dingen aktionistisch geprägt, also haben viele Protestaktionen gemacht, teilweise ist das sogar in Terrorismus ausgeartet, also die haben in Brandanschläge gemacht. Also im Grunde genommen waren das halt die Kleinbauern, die sich durch die Krise der Weimarer Republik in ihrer Existenz bedroht fühlen. Dann haben wir die Regionalisten, vor allen Dingen in Bayern, wie wir heute auch, das ist die Bayerische Volkspartei, die waren halt auch christlich geprägt, etwas rechter ist das Zentrum, also im Grunde genommen CSU, auf der die auch später, also die später dann zur CSU werden. Dazu kommen halt diverse Kleinparteien, die sich als Abschreitung bestehender Parteien zusammensetzen, zusammenschließen und die reinlich im Grunde genommen an der Frage, ob man die Republik ablehnt oder befürwortet oder ob man mitarbeiten soll oder auch Positionskurs macht, also so ein bisschen Fundis gegen Realos, könnte man sagen. Oder noch eine unglaubliche Zahl von Parteilosen, die zum Beispiel durch ihren alten Einfluss des Adels in wichtige Positionen kommen, wie wir zum Beispiel zu nennen, Franz von Papen als Chef des Kabinetts der Barone, also diese Präsidialkabinente unter Hintenburg, auch als Vertreter quasi dieser Idee. Hier sind als bedeutende Vertreter halt Artikel-Milatranenburg zu nennen, Ernst Jünger, der kennt sicherlich der eine oder andere aus dem Schulunterricht noch, Edgar Julius Jung als Vertreter der konservativen Revolution, oder Karl Schmitt als Staatsrechtler quasi und auch politischer Theoretiker. Ja, die Konflikte sind wie gesagt nach wie vor aus dem Kaiserreich vorhanden, wobei sie sich jetzt durch diese neue demokratische Form verschärfen, also weil die Leute es quasi lange nicht gewohnt waren, in den Parlamenten die Konflikte auszutragen, wird jetzt hier der Konflikt zwischen Arbeitern und Industriellen hochkochen, also die KPD oder Spartakus ist sehr stark, wobei die Konservativen hier gespalten sind, also es gibt natürlich einmal die katholische Arbeitnehmerbewegung, vor allem im Zentrum, Adolf Kolping, wer den vielleicht kennt, oder auch die anderen Konflikte, die vor allem bei der Großindustrie zu Hause sind, also die quasi Gegnerschaft zu diesen Arbeitern haben. Ja, dann Stadt gegen Land kommt wieder hoch, aber noch in einer extremen Form, also einmal durch die Landweltbewegung, wie wir schon gesagt, oder halt als Vertreter der agrarischen Interessen diese ostsäbischen Junker, die nach wie vor ihre Güter besitzen und auch aus der Kaiserzeit auf ihren Einfluss pochen. Und hier kommt es halt auch wieder zu den Konflikten, teilweise auch gewalttätig. Wer dann Zentrum gegen Peripherie kommt, nach der Reichseinigung, durch die Gebietsabtretung und Konflikte über die zukünftige Staatsform, geht da was hoch, also man schleitet sich, wie föderal oder nicht föderal soll der Staat sein. Gemäßigt föderal gibt es zum Beispiel in der Form der BVP, also quasi diese CSU, der Rheinland-Republik. Während es im Rheinland zum Beispiel Dezisionsbestrebungen, also sprich mal will das Rheinland abspalten, rheinische Republik gründen, hier kennt ihr sicherlich alle ein, das ist Konrad Adenauer, also der große Konservative war ursprünglich mal Separatist. Und hier ist es aber so, dass halt die Konservativen sich mehrheitlich auf der Seite der Reichseinheit finden. Ja, und dann halt die Reste von Küchen gegen Staat aus der Karrezeit, das wird später gelöst durch die Konkordate und dann ist das Thema quasi erledigt. Wo hier vorhin die bedeutenden Vertreter sind, halt hier wieder im Zentrum zu suchen oder halt diese Einzelpersonen aus dem protestantischen Milieu. Ja, Nachkriegszeit bis heute, das ist quasi der Abschnitt, der uns betrifft, hier sind die primären Ziele das nach wie vor Arbeit gegen Kapital, also ist bis heute immer ein Thema, Gewerkschaftenstreik, Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, das wird sich, glaube ich, nie ändern. Oder ein neues Kiewitsch kommt jetzt hinzu, wobei das in der Theorie ein bisschen umstritten ist, das ist jetzt hier die offene gegen die geschlossene Gesellschaft. Das ist quasi der Grund, worum es die AfD gibt. Das ist halt die Frage nach, ja, den Konflikt zwischen Tradition, postmateriellen Werten, freier Entfaltung des Individuums, unterschiedliche Familienbilder, Gesamttext oder Vielfalt, ihr kennt das Ganze Gebäsch. Ja, und gleichzeitig natürlich der Nationalstaat, superstaatliche Institutionen, sprich die EU-Ebene oder UN und so weiter und halt der Konflikt zwischen autochtoner und zugewanderter Bevölkerung, also Migrationsfragen. Das ist natürlich alles seit 1968, weil er als Kiewitsch hochgekommen ist. Insgesamt ist zu sagen, dass halt nach dem Zweiten Weltkrieg der Konservatismus klassischer Prägung diskreditiert war. Also insbesondere ist man nicht mehr dezidiert antiliberal. Man möchte das Ganze eher auf die private Ebene verlagern, von dieses wirkliche Leben, dem christlichen Glauben und das Ordnungsprinzip, also die Autorität, wird jetzt vor allem im privaten Sektor gesucht, also die kann man sagen, so die spießigen 50er-Jahre, sind so das, was aus dem Konservatismus dann wird. Ja, die Konfliktionskonflikte haben halt nachgelassen und durch den Wandel zur Industriegesellschaft spielt der Kiewitsch-Stadt gegen Land quasi keine Bedeutung mehr, außer vielleicht die alle Jahre wiederkehrenden Diskussion über Agrarsubventionen oder Milchkontingente für die Bauern, aber im Grunde mobilisiert das keinen mehr. Auch weil der Konservatismus quasi in den Unionsparteien kulminiert, es gibt bis in die 60er-Jahre noch die Deutsche Partei, die war noch klassischer Konservativ, die wird aber quasi hinterher von der CDU geschluckt oder verliebt sich in Bedeutungslosigkeit, wodurch, wo man ab den 70er-Jahren richtiger Konservatismus schon keinen Einfluss mehr hat. Ja, hier sind als bedeutende Vertreter zu nennen Arnold Gehlen. Wer den nicht kennt, das ist quasi der intellektuelle Gehlen-Spieler von Adorno, also Frankfurter Schule, der hat so mit Institutionen argumentiert, dass der Menschen Mängelwesen ist und deshalb braucht der Institutionen, die quasi diese Mängelwende an gewisse Orten lenken. Also versteht man schon, dass es konservativ ist. Ja, die Konflikte, nach wie vor Arbeit gegen Kapital, also Verteilungskonflikte um den neuen Wohlstand und die soziale Marktwirtschaft angesichts des Ost-West-Konflikts, ist es halt alles sehr theoretisch geprägt, also die soziale Marktwirtschaft ist im Grunde genommen die Variante des Orto-Liberalismus, die dem Keynesianismus gegenübersteht, könnte man sagen, also Keynesianismus befürwortet halt Staatsangriffe in die Wirtschaft, während soziale Marktwirtschaft oder Orto-Liberalismus sagt, der Staat muss nur gewisse Rahmenbedingungen schaffen, Rechtssicherheit und so weiter. Also im Grunde eine Fusion aus liberalen und konservativen Positionen, die sich quasi als Erfolgsmodell auch in Deutschland durchsetzt, wodurch im Konservatismus auch jetzt der wirtschaftliche Aufschwung und der technische Fortschritt prägend werden und jetzt wird Fortschritt sogar positiv besetzt. Also man sieht es in der Union immer. Ja und im Grunde genommen geht das so weiter, bis die 68er-Konflikte akuter werden, also das kommt dann auch in Wellen, in den 90er Jahren war die erste große Migrationswelle, jetzt haben wir wieder eine, vorher noch die Eurokrise, also das ist quasi der Keynes dieser offenen Gesellschaft gegen die geschlossene, der jetzt Hochspülen und neue Massenmobilisierung möglichen. Ja, zum Schluss, warum habe ich den Vorteil in dieser Form gemacht? Ich weiß, es war ein bisschen langweilig, ihr seid ja alle gerne Studenten, aber ich versuche das, ich sage das mal so, ich bin von Haus aus halt hier Historiker und Punktologe und dementsprechend, weil wir auch alle parteipolitisch aktiv sind, kann man ja versuchen, diese Wissenschaften irgendwie nutzbar zu machen und insbesondere diese Kliwitsch-Theorie ist halt wenig bekannt, und durchaus relevant für Wahlkampf, Mobilisierung und halt vor allem die geistige Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern. Also wenn ihr mit einem Grünen argumentiert oder mit einem SPDler, dann müsst ihr ja schon wissen, warum konservativ das heißt und warum er das denkt und die Argumente sind ja alle schon mal ausgetauscht worden, weil die Konflikte halt nicht neu sind. Schlusswort, also ich wollte nur sagen, als konservative Partei, ich bin jetzt kein Anwesende, die über die Füße treten, aber als ein gewisser Teil konservative Partei, stehen wir halt in gewisser Weise in dieser langen Tradition von konservativen Politikern, Ideen, Parteien und ich finde, es ist schon interessant, mal zu wissen, woher der Gedanke eigentlich kommt und wo wir geistig so stehen. Ja, Dankeschön. Dann kommen wir jetzt in die eigentliche Fragerunde und jetzt wird es spannend, weil jetzt sind wir gefragt, welche Fragen habt ihr an Sarriers Ich brech mal das Eis. Sarriers, mich würde mal interessieren, was ist Konservatismus aus heutiger Sicht für dich? Ja, wie gesagt, diese drei Säulen gelten nach wie vor, also Glaube, Tradition und Autorität oder Ordnung, wie man es nennen möchte, mit den halt beschriebenen Punkten. Also in gewisser Weise sittliches oder moralisches Denken, es muss nicht mehr dezidiert christlich sein, glaube ich, heutzutage, aber nach wie vor spielt auch die Tradition eine große Rolle und ein gewisses Ordnungsdenken gegenüber, ja, ich sag mal, zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit ist ein Grundprinzip Konservatismus, also das alles klare Regeln hat und Ordnung hat. Nur wirklich so. Machst du mal konkreter, vergleiche ich mal deine Position mit jemandem von den Grünen beispielsweise, wo liegen die Unterschiede? Ja, zum Beispiel, dass das Gesetz ist, dass man nicht kiffen darf und die Grünen sagen, ja, okay, wir können das Gesetz, wir können das nicht durchsetzen, es wird sowieso gekifft, dann können wir es auch legalisieren. Das ist quasi die Argumentation der Grünen und das sehe ich halt anders. Okay, jetzt seid ihr gefragt. Ja, bitte. Ja, wie weit sollte im Konservatismus der Staat wirklich ordnend eingreifen? Also gibt es ein Zuviel oder? Ja, das ist das größte Problem, glaube ich, im Konservatismus, dass man im Grunde genommen immer seinen Heil im Staat sucht. Das sieht man zum Beispiel bei der Union, wenn die Leute klagen, wir sind nicht mehr sicher, Terrorgefahr und so weiter, dann fehlt denen nur ein, mehr Überwachung auf öffentlichen Plätzen, Vorratdatenspeicherung, mehr Rechte für die Geheimdienste und so weiter. Und ich glaube, das ist halt ein grundsätzliches Problem. Aber da gibt es, das ist halt ein, ich sage mal, zweischneidiges Schwert. Also die Sicherheit ist natürlich ein gut, hohes Gut, aber die Freiheit sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist auch in der AfD ganz gut, dass wir auch durchaus freiheitliche Elemente haben, die da, ich sage mal, ausufernde Bestrebungen zurückdrängen. Also auch im Konservatismus besteht ein Zielkonflikt zwischen persönlicher Freiheit und eben der staatlichen Ordnung. Ja, ich glaube, ich glaube, die Prämisse ist eher bei der Ordnung, wobei da halt so ein schmaler Grad ist. Da ist man leicht übers Ziel hinausgeschossen. Also ich bin jetzt kein Freund von Vorratsdatenspeicherung, ich glaube, da bin ich sogar gegen die Verteiliniginie will ich mich recht entzündeln, aber das kann man alles diskutieren. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Die Klivench-Theorie, die letzte, die du gesagt hast, ist ja noch bestritten. Wo ist sie denn genau bestritten? Ja, das ist völlig klar. Ja, uns ist das klar, weil wir davon betroffen sind und deswegen auch wir sind. Nur in der, also in der Politikwissenschaft ist es halt so, dass lange, also diese, diese Idee kam auch so Anfang der 90er Jahre mit den ersten rechtspopulistischen Parteien und man hat dann halt gesagt, ja, diese Parteien gibt es, weil es jetzt einen neuen Klivench gibt. Nur, das ist halt ein bisschen umschritten, weil die Gründung quasi, hätte ja auch schon vorher sein können. Also, der Konflikt mit den superstaatlichen Ebenen, also EU, oder mit der Zuwanderung, die gibt es ja schon zum Beispiel seit den 60er Jahren in Deutschland mit den Türken und die EU gibt es seit den 50er Jahren. Und dann hätte man gesagt, ja, warum haben die denn nicht da nicht schon gegründet? Und das ist jetzt quasi, weil es jetzt, manche sagen halt, jetzt ist das Problem akut, jetzt gehen die Leute deswegen auf die Straße, gründen Parteien, haben da ein Problem mit, was vorher nicht so war. Und halt, die Massenbasis war halt, beziehungsweise ist begrenzt gewesen, mittlerweile mit 50 Prozent brauchen wir nicht mehr sagen, das hat keine Massenbasis. Auch in anderen, wo Norbert Hofer 50 Prozent mindestens kriegt, kann man sagen, mittlerweile gibt es das. Aber die wissenschaftlichen Theorien und Debatten dauern ja immer ewig. Also, irgendwann werden sie auch sagen, ja, es ist der neue Kliwitsch und ja, die Rechtspopulisten sind halt der Grund dafür. Zumal ja die Grünen auch quasi zeitgleich entstanden sind. Also 80er Jahre hat auch damit zu tun, also, es ist ja die Frage, was gibt es zuerst? Das Problem oder die Parteien? Also die Grünen sind quasi ja der Ausfluss der 68er, Initialzündung und die Rechtspopulisten reagieren darauf. So, aber das ist wie gesagt, das Debatten dauern eh. Ich weiß nicht, wer von mir in der Uni ist. Ihr wisst ja, was man da für Literatur lesen muss. 60er Jahre, 50er Jahre, also wirklich was Neues kommt da nicht in hohen Schlagzeilen. Gibt es weitere Fragen? Ja? Ich glaube, ja, auch bei uns ist ein Lernpunkt. Ich finde irgendwie so, dass aus sich auf die Stadt verlassen das man seinen schützt und so weiter. Das sind manchmal so Schlagworte, die vom konservativen Bild herkommen, so Rechtsstaatlichkeit, Ordnung und so weiter. Aber die Tatsache allein, dass der Staat all deine Belange irgendwie sichert, übernimmt, und alles durchsorgt, ist eher so eine linke Sache. Also was ich meine, es ist ja von dieser, die Linken wollen persönliche Freiheit. Ich kann machen, was ich will, so lange ich keine mehr Dinge schade, aber quasi in der Stadt soll die Nachteile übernehmen. Und ich fand immer, dass der Grund, dass er davon gepflegt ist, dass jemand für sich fühlt, dass er eigenständig sein kann. Dass er statt ihm da nicht reinfuscht, aber auch, dass er sich selber ja auch empfalten kann und für sich selber sorgen kann. Also diese gewisse Art von Selbstständigkeit. Das war ja noch früher damals, ich kann sagen wir mal, Bürgerwachen und so weiter. Ich kapiere, wenn man so weit zurückdenkt, Polizei in sich gab es nicht, aber Rechte und so weiter in irgendwelchen mittelalterlichen Staaten, aber in dem Sinne, weil jedes Dörfchen für sich allein gesteckt, für seine eigene Sicherheit. Also die Leute wussten, die mussten natürlich selber sorgen, haben sich organisiert und das war ja eher das Konservative. Und dann immer gab es halt diese Umschrankungen, dass die Stadt sagte, ja, okay, wir sorgen schon für dich, wir müssen es aber aufgeben, das ist selbstständig zu sein. Das ist ja. Das ist was Ressourcen sagt. Ja, genau. Quasi die Leute müssen ihr Recht abgeben, aber wir sorgen für ihr Recht. Das ist ja, ja, ich weiß nicht. Siehst du da den Widerspruch zum Konservatismus? Nicht Widerspruch, aber ja, es ist jetzt von mir, es sind von, es kommen wir nicht. Es wundert dich, dass quasi die Konservativen dem Staat zugeneigt sind. Ja, aber die bestimmten Sachen denken. Ja, ja. Man sieht die Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, aber die Linken sind auch zum Staat zugeneigt, aber halt für andere Sachen. Das ist ja, was ich versucht habe zu erklären, dass die Tradition, also das Konservative kommt ja ursprünglich aus dem Monarchischen. Also Konservativ war immer was von oben. Quasi das Establishment. Also Bismarck ist das erste Beispiel, der war ja immer noch das Establishment. Also Adelig, Landjunker und dann auch noch Reichskanz. Also quasi von oben. Und dieses Freiheitliche, oder das der Staatstritische, das ist für den Konservatismus in Deutschland in der Form nicht so prägend gewesen, lange, weil halt diese Obrigkeit, es ist ja wieder, da gibt es den Flügel, der mehr Staat möchte, den Konservativen Flügel, der weniger möchte. Das habe ich ja gesagt, das sind diese Altkonservativen, die ein bisschen mehr christlich argumentieren und mit Selbstautonomie und so, diese ständischen Organisationen zum Beispiel. Nur das ist halt nicht prägend gewesen, weil halt als Reichskanz der Regierung, als Establishment, konnte man dem Konservatismus quasi seinen Stempel aufdrücken. Und diese Freiheitliche Note, die wir alle immer im Konservatismus sehen, die ist nicht so alt, weil sie, also die ist quasi erst mit der Union aufgekommen, weil die Union auch liberale Elemente aufgenommen hat. Darum sage ich immer, das ist halt gar nicht dieselbe Diskussion gewesen, das ist halt ein zweistelliges Schwert. Ich meine, Freiheit nützt dir nicht, Freiheit nützt dir nicht, wenn du tot bist, kann argumentieren der Manche. Das ist halt eine Waagschale, da muss man immer vorsichtig sein. Das kann ich auch gar nicht selbst beantworten. Das ist kurios, was Sie wissen. Einerseits von Freiheitlichkeit, für selber Sorgen, aber andererseits auch Rechtheitlichkeit. Eine Frage habe ich, wie siehst du diese Ani-Mübzeiten, die man heute benutzt, dass wenn man versucht, den Begriff rechts zu verhalten, wenn man konservativ sagt, also sich selber nicht zu ächten oder auch von außen her aus, sondern Menschen nicht direkt fast schon einen Begriff zu irritieren. Ich wusste, dass die Frage kommen wird, darum sage ich jetzt aus politikwissenschaftlicher Sicht, man kann sagen, ich bin rechts, weil Konservatismus ist rechts. Eben, aber es ist eine Nuance, ich dachte das ja bei dem Kaiserreich-Aspekt kam das durch, es gibt halt diese zwei Richtungen, wie immer, in allem gibt es ja immer irgendwie einen kleineren Flügel und das Rechtere ist halt, also es gibt natürlich Konservativ, es gibt auch rechts, dezidiert, aber, also ich würde mich, ich sage allen nicht, wenn ich sage, ja klar bin ich rechts, die AfD ist eine rechte Partei, auch wenn manche das nicht gerne hören wollen, wir sind nun mal ein Rechtslämter, darum sind wir eine rechte Partei, genauso wie die SPD eine linke Partei ist, die grüne linke Partei und die CDU mittlerweile auch eine linke Partei ist, bis in den 80er Jahren war die CDU auch eine rechte Partei, also das sind wissenschaftliche Kategorien, nur die wurden uns quasi malig gemacht, dass man es nicht mehr offen sagen kann. wenn man rechts einfach von einem Schickler behaftet ist. Ja, und das ist das Kunde, weil rechts heißt böse. Rechts heißt rechts radikalisch. Genau, so sehr viele Leute. Links ist okay, und rechts heißt rechts radikalisch. Es gibt keine rechts mehr, es gibt in Deutschland nur noch rechts extrem und dann kommt links. Erst kommt rechts populistisch und dann kommt rechts. auf jeden Fall das ist normal. Was alle anderen hat vor allem normal ist, das ist in Deutschland korrekt gemacht worden. Paul hat es sich zuerst gewählt und dann macht er es. Ich wollte eben eigentlich nur noch was nachfragen. Du meintest, dass die Linken sich für mehr Polizei einsetzen? Nicht mehr Polizei, sondern mehr Staatsschutz und diese Verpflegung im Staat. Ich glaube, die Frage hat sich so mit erüblich mehr oder weniger. Ich hätte jetzt meinen an dich. Dieser Konsortismus, den ihr jetzt eben relativ gut umrahmt hast von Entstehung und was bedeutet das heute? Unser Wahlprogramm liegt wie gesagt hier vorne aus von der Hochschulgruppe. Wie setzt sich dieser Konsortismus in unserem Wahlprogramm von der Hochschulgruppe an? Ich würde das dann ja irgendwie ein bisschen besser hinbekommen. Aber mich würde das wirklich mal interessieren. Also jetzt mal aus der Wissenschaftlichen... Hast du Angst, dass wir in Wahl mit dem Wahl der Hochschulgruppe sind? Ich befürchte es weiter. Ich befürchte es weiter. Das ist wirklich echt die Frage. Ja, also Punkt 1 ist eindeutig konservativ. Es ist wieder eine Einheitlichkeit, Ordnungsstreben wiederum von oben. Das ist konservativ. Internationalismus nicht konservativ. Punkt 1 Einheitliche Unikat. Konservativ, weil Ordnungsdenken Zentrierung der Macht verbieten. Ist einheitlich konservativ. Bundesweit einheitliches Bewerbungsverfahren staatliche Ordnung also von oben wieder. Regelt das dann quasi. Mit dieser Gründung des Campus war ich übrigens gegen. Nicht konservativ. Transparenz, ja. Das ist schwierig zu sagen. Es geht hier um eine gewisse Moral. Dass das offen ist, dass da kein Schild oder vom Aster getrieben wird. Also sind wir wieder bei der Tradition, der Verantwortung, der Ordnung. Die schuländische Gelder, also meine Interessen, also nicht partikular. Das ist ja die Tradition. Ich glaube, das ist ja immer so sehr anstrengend. Ihr seht im Grunde genommen, worauf ich eigentlich mit dem Vergleich jetzt hinaus wollte, ist eines. Also gerade jetzt unsere Hochschulgruppe wird jetzt in den Medien, aber auch von Seiten von einigen anderen Hochschulisten unterstellt, wir würden uns jetzt in einem sehr rechten Spektrum bewegen. Wenn ihr euch die einzelnen Punkte mal anschaut, deswegen habe ich genau die Frage gestellt, jawohl, wir sind konservativ und wir haben ein konservatives Profil, aber das ist nicht ausschließlich konservativ. Das heißt, wir haben hier eine Korrelation von mehreren Komponenten sozusagen, wo wir meinen, das sind die Begründungskampus jetzt nicht so gut, ich finde es allein aus ästhetischen Gründen eine gute Sache, aber ihr seht, diese Zuordnung, diese Kategorisierung, rechts, links, wie das über Jahre möglich war, die funktioniert heute nicht mehr so richtig. Also wenn man sich dieses Programm auch anschaut, was wir jetzt auch, mit dem wir zu den Studentenparlaments Begründungskampus antreten werden, genauer anschaut, Ausbau des internationalen Netzwerks beispielsweise, jetzt möchte ich gerne mal einen Rechten oder Extremrechten hören, der sich dafür einsetzen würde. Das ist der springende Punkt, diese Cleavages und auch diese im Grunde genommen Kategorisierung, die funktionieren heute nicht mehr so ganz. Und ich würde euch jetzt ganz gerne eigentlich noch mal eine Frage stellen, und zwar, ob ihr bei den Punkten, die ihr hier seht, selber Fragen noch habt, die ihr hier stellen möchtet, dass wir, im Grunde genommen, dafür machen wir das ja auch, dass ihr die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen zu unserem Programm, Anregung, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr sagt, Begründungskampus ist scheiße, dann müssen wir darüber diskutieren, dass es raussteigt. Ich habe mich damals noch durchgesetzt, aber nein, also mich würde es interessieren, was sagt ihr zu den Punkten und habt ihr Verbesserungsvorschläge, habt ihr Anregungen oder findet ihr irgendwas ganz furchtbar? Und da ging die Hand zuerst hoch. Also ich finde, Punkt 8, Begründung des Campus finde ich auch etwas immerflüssig, weil ich finde, wir haben eigentlich gerade einen grünen Campus, weil wir auch so ein bisschen abgeschrieben liegen, aber ich finde, ja, das würde wahrscheinlich den finanziellen Rahmen sprengen, aber wir haben hier irgendwie keine Räume, wo man sich, sag ich mal, in Anführungsstrichen so erholen kann, also wo halt, ich glaube, in einer Fakultät, da sind so Lederbänke oder so, aber ansonsten haben wir eigentlich nur draußen ein paar Bänke, aber vielleicht, keine Ahnung, dass man so einen großen Raum hat, wo man jetzt nicht laut redet oder so, aber wo vielleicht ein paar, also ich kenne das halt das ist ja relativ teuer, wenn man den Campus begrünen möchte, also als ich das erste Mal nach Düsseldorf auf den Campus gekommen bin, ich fand den Campus furchtbar, ich fand, das sah aus wie so ein Blockbau aus den 70ern, wo ich gedacht habe, mein liebes Bisschen, das sah aus wie so eine Fabrik im Grunde genommen und es ist keine Frage der Finanzierung, wenn ich jetzt überlege, letztes Jahr, zur Weihnachtsfeier hat sich der Aster kleine Geschenke im Wert von 400 Euro jeweils genehmigt, als Aufmerksamkeiten, sind nicht deklariert worden, da stelle ich mir schon die Frage, 400 Euro, dafür hätte ich den Haufen Bäume pflanzen können, also dem hat übrigens auch die Grünen, soweit ich weiß, zumindest zugestimmt, die hätten auch anderes davon machen können, also ich finde den Punkt gut, begründet das Campus, ein bisschen Naturbewusstsein, schade, meiner Meinung nach nicht, aber ich lasse mich auch gerne dann das Bessere belehren. Ja, ich weiß nicht, so Aufenthaltsräume, das war das Stichwort. Dann hatten wir noch, du hattest, glaube ich, als nächstes die Frage? Also ich wollte nur mal ganz kurz auf das Rechts-Links zurück, ich habe mir das hier Punkt durchgelesen und es gibt nur zwei Punkte, bei denen rechts-Links greift, also patriotisch oder internationalistisch und das ist halt zum einen dann der Punkt zwei, internationale Netzwerke, das ist dann eher internationalistisch, das wäre dann gemäßig links und dann gibt es die Deutschland-Flagge, das ist dann wieder patriotisch. Das heißt, ansonsten kann man wirklich das nicht zuordnen, ob rechts oder links selbst, so kann man sich jetzt die Punkte durchlesen. Ich habe nicht mehr Punkt zwei ist wirklich zuzogen, manchmal neue Leute kennen, wenn es weder links noch rechts gibt. Man muss ja auch echt bedenken, diese politischen Kategorisierungen, vielleicht links, sind ja auf einer höheren Ebene angebildet, also wir reden hier im Grunde von Sachfrage. Hier kann man wenig Ideologie durchsetzen, außer vielleicht diese ganzen Referate für dieses und jenes, also wirklich viel bewegen kannst du hier auf dem Rechtsliessprinzip sowieso nicht. Das würde ich mir anmerken, quasi man kann sich anstreben, dass irgendwie links-Rechts uns treten, aber geht meistens, die erste Frage ist einfach nur eine vernünftige Frage, kostet Spaß, deine Karte, die Wählmischkeit, das hat hier mit links, dann wird das halt nicht. Oder? Die AfD macht sinnvolle Vorschläge, die anderen machen irgendeinen kleinen Radar. Aber die versuchen uns jetzt quasi die rechte Ecke zu drängen und sinnvolle Vorschläge so einfach mal zu torpedieren. Das ist ja die Taktik der... Jetzt hatten wir... Moment, ich glaube, du hattest die nächste Frage gestellt. Die größte Änderung des Netzwerks steht so links-Rechts, es ist ja eigentlich es muss ja im Zweck geben, es hat ja irgendeinen Hintergrund und da brauchst du nichts katalogisieren. Aber ich glaube, das ist ja relativ hinter und nicht sehr im Zweck geben. Dann hat es... Werdet Sie als nächstes gemeldet? Genau. Du hattest Sie als nächstes gemeldet. Dann kannst du es nochmal spezifizieren, was das war mit den Aufmerksamkeiten von der Erste, was hat er irgendwas erwähnt? Ja, also man hat sich letztes Jahr zur Weihnachtszeit in der SP-Sitzung, also vom Studentenparlament, hat man sich darauf verständigt, dass man also den Vorsitzenden, den Stellvertretten und so weiter keine Geschenke machen möchte für 400 Euro. Also im Grunde genommen haben wir hier ein Parlament, was Studentengelder verwendet, die nicht so unterschätzen. Wir reden hier von Sichthausen, aber sie haben einen Haufen Asche eigentlich und dann benutzen die die Geld, um sich gegenseitig nette Geschenke zu machen. Und das wissen viele nicht, weil ganz viele Studenten, die interessiert Hochschulpolitik auch nicht so sehr. Aber im Endeffekt ist es euer Geld. Bitte. Also ich kann dazu stimmen, da liegt richtig viel Geld dran, nämlich ein Teil des Semesterbreitfrabses, weil jedes Semester, ich habe jetzt ein Kind bekommen, also die Erste, die hat mir auch 100 Euro geschenkt zur Geburt meines Kindes, das muss ich aber beantragen. Aber das finde ich gut. Muss ich mal zugeben lassen, das finde ich gut. Jetzt sind wir aufgekriegt, wenn ich aufstehe. Ich war ein, auf. Aufstattung. Ja, genau, das sind diese Punkte, im Grunde genommen, was ich eigentlich mit diesem Punkt nur zeigen wollte, warum wir jetzt auch das Programm nochmal aufgemacht haben, mich ärgert das, mich ärgert das massiv, dass man uns immer versucht, in irgendeine Kategorisierung reinzupressen, denn da passen wir nicht hin. Wir passen da nicht hin. Diese Kategorisierung, die haben sich meines Erführends überholt und wir diskutieren zu Sachfragen ohne diese ideologische Brille. Bei einer Sache könnte man sagen, gut, da sei da doch ein bisschen ideologisch beim letzten Punkt, nämlich Punkt 16, dass wir da eine Deutschlandfahne wollen, aber dafür setze ich mich auch konsequent und vehement ein, wo immer ich rede, weil ich halte es auch für richtig, im Endeffekt das Geld, was wir zur Verfügung haben, an den Universitäten und an der die Möglichkeit, dass wir hier studieren können, liegt daran, dass wir einen funktionierenden, halbwegs funktionierenden Staat haben. Und darauf kann man stolz sein. Wie viele Länder gibt es eigentlich, wo Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, zu studieren? Wie viele Länder gibt es, wo es vom Geldbeutel abhängt, ob die Schüler dann den Weg zum Studium finden können? Und darauf kann man, glaube ich, stolz sein. Und deswegen meine ich, das Minimum, worauf wir uns verständigen können sollten, ist, dass wir die Deutschlandfahne haben. Und dann höre ich immer wieder gerade, ja, aber wäre das nicht ausgrenzend gegenüber Neubürgern? Das ist der Fall. Wir brauchen eine Leitphilosophie, die wir auch Menschen, die zu uns stoßen, vorgehen. Und ich glaube, unter diesem Patriotismusbegriff kann sich jeder zusammenfinden. Wenn man nach Kanada geht, in die USA, da hängt überall eine Amerikanflagge, eine Kanadaflagge, und da wohnen die Menschen zusammen. Da kommen die zusammen, da singen die ihre Hymne zusammen, da machen ihre Barbecues zusammen. Und ich finde, dass man einzig durch diesen Begriff des Patriotismus und durch diese Farbe Schwarz wird Gold, dass man damit ein positives Gemeinschaftsgefühl schaffen kann, auch für die sogenannten Neubürger. Wir brauchen eine Leitkultur, die sollten wir vorgeben. Und genau das machen wir durch unser Partnerprogramm. Und wir brauchen eine Leitkultur, die wir hier in der Welt Und wir brauchen eine Leitkultur,